Ja Leute, das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben mit genau dieser Munition und den Waffen. So, gut, äh ja. Na komm, stirb's hier. Jawoll. Der soll nämlich nicht das berühren, sonst geht hier so ein Laser an und ich sterbe. Hier bekommen wir dann schon unsere nächste Waffe, MP5. Mega geile Waffe. Die wird später sehr nützlich sein. Ne, der Schalter macht glaube ich Strahlen an. Ne, ich jetzt keine. So gut, weiter geht's. Die Desert Eagle, oder wie die auch heißt, die benutze ich für das letzte Level. Für den Endboss. Oder für die letzten zwei Level, es wäre gesagt. Oh Gott, mag ich das? Mag ich das? Ja. So. Hier liegt auf jeden Fall ein Medi-Bag. Hat das jetzt genommen? Ja. So, gut. Ah, das war knapp. Hier kann die durchrennen. Ja. Aber gerade so. Hier, ja, es nützt nichts. Gut. Hier liegt auch ein Medi-Bag. Da, hinter der Tür. Hier ist noch unser Kumpel. Und so, hier. Aber ein kleines. Hier ist noch unser Kumpel. So. Da würde es nicht mehr schaffen. Glaube ich mal. Ah, ich will es auch gar nicht mehr ausprobieren. Okay, gut. Fackeln. Hier liegt gar nichts. Okay. Okay. Da haben grüne Strahlen. Und die machen dieses Geschütz da an. Hier speichere ich. Die benutze ich jetzt mal. Perfekt. So, die Tür ist jetzt noch offen. Aber wenn er das gedrückt hätte, dann wäre sie zugegangen. Und hier sind... ...kunde Spezialwaffen. Ach, Waffen. Munition. Eine Rakete. Klamaten. Und... Apon-Munition. Jawoll. Die komplett unnützlich ist. Was macht die? Na, klasse. Ah. Ich glaube, den muss man gar nicht töten. Ich glaube, hier kann man einfach so... ...rein trennen. Ja, okay, unwahrscheinlich. Aber wofür soll es denn sonst sein? Ja, okay, gut. Hier kann man bescheißen, damit man nicht so viel Leben verliert. Na ja. Klar. Hm, was benutze ich denn jetzt? Da ist noch ein Lasermann. Den müssen wir töten. So, spreche ich nochmal. Na, klasse. Äh, ja. Ich glaube, das ist jetzt zu. Ja. Dann laden wir nochmal. Ich habe zu viel Munition verwendet. Äh. Jetzt hat er es trotzdem benutzt. Mann. Oh Gott. Arschloch. Arschloch. Ich benutze die Dersodegel, ey. Ich habe keinen Bock hier. Die ganze Zeit. Ich glaube, der lässt die nur raus, wenn er den Knopf drückt. Aber ist ja jetzt egal. Den Knopf hat er ja nicht gedrückt. Das ist schon mal gut. Hier liegt noch. Hier liegt einfach eigentlich der Granatenwerfer. Und den habe ich ein Secret geholt. Und so. Ah, klasse. Okay. Ja, okay. Pass schon. Hier ist nur ein Kristall, den ich nicht brauche. Sonst ist es ja nichts. Okay. So, das ist noch zu. Aber das können wir ja aufmachen. Der Schalter ist hier. Ja, ja. Okay. So. Nein, das war griechig. Wieder los. Wow. Finde ich sogar Milipec. Der ist ja ganz nett. Okay. Okay.